Bitte schließen Sie die Augen und atmen Sie tief ein und aus. Gut. Und nun stellen Sie sich bitte zwei parallel verlaufende Linien vor. Haben Sie es? Nein. Gut. Sie befinden sich exakt zentral mittig zwischen diesen beiden parallel verlaufenden Linien. Sie gehen Ihren Weg. Sie gehen immer voran, immer vorwärts. Es geht nur die Richtung vorwärts. Nun wird der Weg immer steiler und steiniger. Und Sie gehen tapfer weiter, wagemutig, nehmen Sie den Weg in Angriff, weil Sie Ihr Ziel wollen. Sie sind ein Pilger und Sie befinden sich auf dem Jakobsweg. Kennen Sie den Jakobsweg? Nun wird aus den beiden parallel verlaufenden Linien eine Rennstrecke und Sie sitzen in einem Rennauto. Sie drucken auf die Tube. Sie wollen Erster werden. Aber Sie spüren auch die anderen Fahrer, die Dynamik. Es ist ein Miteinander. Und es ist auch eigentlich gar nicht wichtig, ob Sie Erster werden. Wichtig ist das Miteinander. Spüren Sie das? Wie viele sind Sie geworden? Letzter. Wie bitte? Letzter. Das ist auch sehr gut. Hey, Sie waren dabei. Sie waren ein Teil des Ganzen. Eine Dynamik ist entstanden. Ein Miteinander. Sie haben sich Ihr Ziel gesucht. Wunderbar. Weiter so. Suchen Sie Ihr Ziel. Bleiben Sie in Bewegung. Bewegen Sie sich. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Ah.